Elastik 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 ist ein hochmoderner Sohn des Grand Prix Siegers Eskola Gekürt auf der Haufkörung in Westfalen 2021 war der nach der Longenarbeit in aller Munde und dieser fantastischen Bewegungsablauf und Übersicht hat er ja auch wie Sie selber sehen können unterm Sattel behalten Schritt, Trab, Galopp vom Allerfeinsten dazu einen sehr hohen Richtigkeitswert macht auch dieser Eskola-Sohn sehr interessant für die Zucht Seine Mutter, Diva Deluxe ist eine Vollschwester zum gekürten Deinistie VDL und dadurch auch mehrere interessante, hocherfolgige Sportpferde aus dem Mutterstamm Elastik Was ganz Besonderes Was ganz Besonderes